Untertitelung des ZDF, 2020 Heute ist Muttertag, heute ist Muttertag, heute ist Muttertag und eure Mütter, denn heute ist Muttertag und eure Mütter. Heute ist Muttertag, meine Frau habe ich kennengelernt vor 8 Jahren, ach am Anfang habe ich noch gedacht, sie mag mich nicht. Doch das hat sich sehr schnell geändert, denn sie haben uns beide selbst verwendet. Seit 6 Jahren nun hat sie mein Mütter behandelt und ich hoff, dass das noch lang so bleibt. Holt eure Mütter, denn heute ist Muttertag. Holt eure Mütter, Kinder heute ist Muttertag. An alle Frauen, holt eure Mütter oder eure Omas, denn heute ist Muttertag. Mütter, 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 Mütter und Mütter. Und meine Frau, die alle ist so süßer, blond, blauer Eugl. Und heute meinen sie ist gut, bereit gefilmt. Sie ist gerade als Gegenteil, sie hat räumliches Denken, was untypisch ist. Sie ist mir weit voraus. Holt eure Mütter, ja heute ist Muttertag. Holt eure Mütter, holt eure Kinder und sagt ihnen, was ihr es mag. Heute ist Muttertag, ja heute ist nur der Tag. Holt eure Omas, geht ins Altersheim, gratuliert ihnen. Gratuliert eure Mütter, gratuliert ihnen. Die freuen sich verdammt sehr. Geht mir und gratuliert ihnen zum Muttertag. Ja, halt bis Muttertag. Jo, Muttertag, 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 Mutter, Muttertag, 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 Mutter, Muttertag, Muttertag. Ein letzter Gerüse, meine Frau, sie geht dich, ich will dich, halt bis Muttertag, fucking Muttertag.